Mitlaufen! Was geschützt sich? Was ist zum Arsch? Ja! Auf geht's! Es gibt einen Arsch! Ja! Ja! Schönen Sie sich stehen, Freunde. Ja, geht gut. Maske ab, Maske ab, Maske ab, Maske ab. Liebe, meine Kleine. Toll, war super. Steh die Maske ab, jetzt klar wird's. Das Junge ist in einer Schule und dann wird so ein Ping-Pong geköpft mit den Haushalten. Ich hab mich wieder nach vorne gekämpft. Ich bin eben voll abgehängt worden. Da hab ich so zwei Leute da los. Ich hab mir gefragt, was geht? Gehen die alle in die Straße? Da hab ich so zwei Leute hintereinander die ganzen Hütternein erklärt. Aber ich dachte ja, unglaublich. Ich wollte sehen, was hier kommt. Kommt doch wohl noch drauf zu. Dann sag, wir wissen ja gar nicht. Ich hab mich auch nicht hier dran. Immer schön die Hände waschen. Oh, das ist so los. Ein, 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 ein. Dann sag, wir sehen, dass wir, was hier kommt. Nein, ein, ein ein, 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 ein... Jangen, ein, 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 ein. So kommt jetzt noch her natt. Ja, ja. Ja, ja. Tritt mit Naade. Hey, ja. Naade. Komm, kommst du her nattident? Hallo. Ja, 3. Natt kein Kleine. Ich bin geimpft, empfangen, er will jetzt telefonen. Was? Ich traue, wie er da kommt. Was? Ich traue, wie er da kommt. Versteck mich sogar schon. Make me happy, yeah... If I will and the shine see, I gotta be, Picking others in love, everybody, yeah... Make another chance! Everybody... Make another chance! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich die so nach hinten drehe, ist das immer auf Angriff. Wenn ihr das wüsstet, wenn ihr das wüsstet. Freiheit, Respekt! Habe ich dir das gesagt? Ja, demnächst machen wir mal ein Chat hoch. Sehr gestürzt. Natürlich voll aufs Gesicht, deswegen hat man Glück gehabt. Keine großen Schofrücken wegen der Maske. Wer? Wer? Naja, wer ist denn morgen? Echt? Nein, natürlich nicht. Kannst du das gut erzählen? Ja. Faske auf! Faske auf! Faske auf! Steht auf! Faske auf! Faske auf! Faske auf! Faske auf! zur Ansicht. Nein, wahr? Alando oder Atlantis? Das ist auch runtergegangen. Ist das dein Hut hier? Doch nicht. Aber schützt. Schützt genauso wie Maske gegen Betonträger. Hier, schützt gegen alles. Schützt. Auch zur Verhütung, ne? Ja, auch das für alles. Schützt gegen alles. Schützt gegen alles hier. Ja, auch davor. Da fällt er dann eh ab. Warum? Was ist mit dem? Der schützt gegen alles, der Helm. Genau wie die Maske. Die schützt ja auch gegen alles. Oder? Ja, auch das. Du weißt doch, wie das ist. In die Knie gehen und dann die Arme über den Kopf verschränken und dann bis zehn zählen. und dann ist der Atompilz vorbei und alles ist wieder gut. So, verweigern wir mal einfach den Gehorsam hier. So, guck mal. Er kann aber. Er kann immer. Guck mal, Herr Stephan Weil. Das Land in unseren Händen. Tausend Volt. Ja, manche hat presidiale Ansprüche. Übergeschraube. Hier gibt's die Knie. Knie. Was ist das? Sind das? Na, also so? Das war besser. Da? Oh, ich hab noch. Ja. Musik-Knie. Es war besser. Da war besser. Oh, ich hab auf. Du weißt. Das war besser. Gut. Du weißt. Tausend ist. Glaubst du, was er erzählt? Nur Gott weiß es. Alles? Ja. Egal welche, auch welche, alles gleiche. Oh, ich war eben politisch. Dünnes Eis, dünnes Eis. Hier, Menschen entlassen. Energiepreise steigern. Der Blick muss voran hier. Die Dachung schützt nicht. Weder vor Ansteckung noch vor einem schweren Verlauf. Lasst euch nicht impfen. Maske sind wir in Chemie und Chemikalienversorgung. Maske sind wir in Chemie und Chemikalienversorgung. Wir atmen das wieder ein, was wir aufatmen müssen. Aus dem Wachstum kommt. Draht eine Maske. Schau, Papa, schützt. Wir sollten nicht speichern, regieren. Mach ich nicht mehr. Wir sind eben am Haus der Wünsche vorbeigegangen. Ja, die Theke. Ja. Ich wünsche mir was. Ich habe mir damals gewünscht, wieder volles Hartzahmen. Auch das hat das Recht. Also, einfach lange nicht, dass die Wünsche ohne Fünsche haben. Ich würde sagen, was die Wünsche ohne Fünsche ist. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich würde sagen, was ich nicht pfeift. Über seine Ansteckung macht man Buenoen mit dem Schwerverlauf. Die Ämpfer verstärkt das die Muteste. Macht drin und tut es. Lasst euch nicht impfen! Informiert euch! Seid mutig! Informiert euch bei ärzte-für-aufklärung.de! Lauterbach lügt!